Oh, noch einmal Tag, zwei, in unserer Tour. Original, seit so vielen Stunden, 6% hochgeladen. Das geht gar nicht und das kriegt von mir einen Daumen nach unten. Und Leute, nehmt euch ein Kabel mit, wenn ihr nach Bangkok fahrt, weil dieses WLAN könnte einfach in die Tonne hauen. Oder es liegt an irgendwas, aber ich bin jetzt auch kein Computerexperte. So, also wir müssen hier richtig zackig touren. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Grenze. Hier muss jetzt alles ganz schnell passieren. So, das ist der Basti. Stell dich kurz vor. Ja, wie du schon sagst, der Basti. Aus Bad Tölz und jetzt gerade auf dem Weg zu Fuß über die Grenze nach Kambodscha. Und weshalb machst du Fun-Riding mit? Weil ich davon überzeugt bin, dass die Leute da drüben, denen es nicht so gut geht wie uns, und du musst es einfach verdient haben, auch ein etwas schöneres Leben zu haben. Sehr geil! Was für eine Aktion, Leute! Total geil! Schneller ging jetzt nicht. Jetzt sind wir gerade im Niemandsland und müssen jetzt das Visum ausfüllen noch. Die anderen haben das bereits gemacht. Ja, und dann beginnt Fun-Riding. So, wir sind eingereist. Alle, tutto completo, sind eingereist. Und jetzt geht's auf die Camrys und ab nach Ba Thang Bang zu den Rollern. Wuhuuu! Wuhuuu! Hey! Ja, so sieht Freude aus. Ein bisschen platt, aber war krass. Tag zwei unserer Tour. Wir fahren jetzt quasi durch Kambodscha schon. Wir fahren auf einer leicht welligen Straße. Unser Fahrer gibt alles, er will nämlich wirklich auch der erste Fahrer am Hotel. Und kann direkt umgehend die Fahrzeuge holen. Ich hätte nicht gesagt, ich entschuldige mich jetzt nur für den Schnitt, weil ich schneide das auf dem Laptop von Roland. Und das Laptop von Roland ist ein Apple. Und bei Apple ist alles anders. Wenn ihr auch so Probleme kennt, dass mal was alles anders ist, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich habe echt einen Sipfel. Das ist ein bisschen schlechter in der Ökelei. Das ist ein bisschen schlechter in der Ökelei, Mann. Oder vom Feiern gehst du. Das weiß ich natürlich nicht. Ah ja, genau. Also, ein toller Augenblick. Hier stehen die ganzen Fundriding-Woller. Ich laufe hier mal so vorbei. Also, huuuuup. Folgender Ablauf. Folgender Ablauf. Zündung an. Hier drauf drücken. Müsste die nochmal laufen. Zweiter, dritter, vierter. Und dann mit der Ferse. Dritter, zweiter, erster Leerlauf. So Leute, wir haben die Roller geholt. Ich hätte gesagt, schön frisch machen. Der erste Staub liegt an. Schön ausklopfen, auswaschen. Das war es wieder für heute. Schaut morgen wieder rein. Und hier geht es zum nächsten Video. Und da abonnieren, ganz wichtig. Und schreibt schön in die Kommentare rein, wenn es euch gefallen hat, was ihr cool findet, was ihr sehen wollt. Und jetzt haben wir los. Tschö.